Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren TCG-Video hier auf meinem Channel. Und ja, wir kennen das. Fangen wir direkt an. Wir haben heute diese wunderbaren Produkte und zwar die Premium Collection Boxen von Glänzendes Schicksal. Einmal im X-Bad und einmal im Katapultra-Design. Und die Boxen sind wirklich sehr schön gemacht und gigantisch. Also ihr seht schon, wie groß diese Boxen sind. Also ich weiß nicht, wer das Produktdesign gemacht hat, aber vom Optischen her machen die einiges her. Wir haben hier sieben Booster-Packs, zwei Promokarten und eine riesige XXL-Karte plus XXL-Münze sogar. So habe ich sie auch noch nicht gesehen. Und was man sagen muss, also die Qualität der Karten dort drin ist halt einfach gigantisch. Also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und auch auf die Puls natürlich in dieser Box. Wir werden heute beide öffnen. Und die habt ihr halt alleine. Also ich kann es so sagen, die Boxen sind geil. Was natürlich negativ an diesen Boxen ist, ist natürlich der ganze Müll, der entsteht. Wir haben hier sieben Booster und ein paar Promokarten. Ach du... Siehst du das? Das sieht mega geil aus. Trotzdem ist es sehr viel Müll halt, ne? Also davon mal abgesehen. Es ist jetzt fancy Plastik. Es ist sehr fancy Plastik, das stimmt schon. Das Ding ist jetzt halt, kriegen wir die Promokarten hier, also Katapultra und Katapultra Normal, also V-Max und Shiny. Normal raus ist die Frage. Die Karten gab es im Shinny Star V zu ziehen im Set. Hier kriegen wir sie als Promokarten. Und X-Bart haben wir als Promokarte in Japan bekommen. Faktur und Holo ist halt saugeil. Also wir kriegen jetzt ja bald ein XXL-Binder tatsächlich für solche Karten. Also für solche Karten ist dann halt auch bald ein besserer Ort, sag ich mal. Und ja, man kriegt die Booster hier sehr schön raus. Die sind nicht großartig eingeklemmt. Also das ist tatsächlich vom Packaging her sehr gut gelöst. Aber es sind halt um sieben Stück drin, ne? Also es ist ähnlich wie die Rayquaza Box bei Hidden Fates, würde ich sagen. Am besten dreht man das, glaube ich, um. Zieht das hier ganz normal ab. Und dann kann ich die, glaube ich, flippen einfach. Die erste Karte ist draußen. Und die andere kriegen wir auch safe aus. Da sind die beiden Promokarten. Sehr, sehr geil. Katapultra mit einer der Sulu-Legendäre von Gen 8. Saugeil. Also ich mag die Karte sehr. Centering Left to Right ist hier ein bisschen off. Wie sieht die Ecke da aus? Die Ecke hier ist nicht so cool, wie wir sehen können. Liegt halt einfach an der Methode, wie die Karte reingepackt wurde. Also es ist halt sehr, sehr problematisch bei solchen Verpackungen. Aber yeah, sie sind auf jeden Fall leicht rauszuholen, ohne großartige Beschädigungen. Normalerweise ist es halt wahrscheinlich beim Reinpacken dann irgendwie passiert. Die Karte hat ebenfalls da oben an der Ecke so etwas klein bisschen. Oder? Ne, das täuscht. Also die Karte sieht vernünftig aus, die VMAX-Karte. Centering ist hier aber auch ein bisschen off. Aber schöne Karten für den Binder oder zum Sammeln halt einfach, finde ich mega cool. Die Coin ist wirklich krass, wenn man sich das mal anguckt, meine Handfläche. Boah, crazy. Und dazu haben wir natürlich Booster Packs von Glänzendes Schicksal. Und Glänzendes Schicksal ist ein geiles Set. Und dementsprechend möchte ich mir natürlich ein paar Booster davon zerrippen. Wir haben schon einiges aus dem Set gezogen. Seine ist Fullart Trainer, seine ist Goldkarten, seine ist Shinies. Aber uns fehlt noch die eine oder andere Karte. Dementsprechend freue ich mich natürlich, dass ihr hier dabei seid. Und hoppalei. Wir haben hier einen Ugel, Morpeco und einen Leberloh haben wir hier gezogen. Super. Der Karl-Heinz Schneider. Der mit dem Feuerschuss. Aboretus hier auch. Ein gutes Pokémon. Kommt doch an mir und ein rostiger Schild. Aber wir haben den Hit gehabt aus dem ersten Pack, was sehr, 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 sehr gut ist. Gefällt mir. Chase Card ist natürlich Glurak. Aber wollen wir Glurak ziehen? Nein. Mir ist alles egal. Mein One tatsächlich aus dem Set ist immer noch Suicune. Ich möchte Suicune ganz gerne haben. Und ich möchte... Welcher Starter fehlt uns noch? Ich glaube, Hopplo hatten wir noch nicht, oder? Nee, Hopplo hatten wir nur die Weiterentwicklungen. Ich bin mir noch nicht... Also uns fehlt auf jeden Fall noch einige Shinies. Es sind ja über 122 Pokémon auf den Shiny Slots vertreten. Dementsprechend können wir hier einiges sehen. So, nochmal haben wir hier. Yamaha. Lando Locotini. Und ein Kamalm haben wir hier am Start. Sad. Ich werde heute einige Videos aufnehmen, weil ich bin heute... Ich bin heute in Opening Leune. Äh, Leune. Leune, Leute. Ich habe heute richtig Bock, tatsächlich ein paar Videos aufzunehmen. Also freut euch in näherer Zukunft auf geile Videos. Ähm, unter anderem halt auch Scheiß-TV oder halt auch Retro-Videos. Goldster-Jagd. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und... Ich glaube, wir haben einen Hit am Start. Ich glaube, ich bin immer ganz... Oh mein Gott! NG-Lot aus VMAX in Gold! Oh, yeah. Das ist richtig stabil. Da ist gleich hier die... Und dahinter haben wir vielleicht nochmal was. Oh, Mortineva. Ach, du Heilige, ey. Ich habe beide jetzt, ne? Ich habe die Normal in Gold und die VMAX in Gold. Also jetzt kannst du richtig flexen, wenn du das Deck spielst. Wenn ich jetzt in Dunea das Deck spielen soll, dann bin ich richtig am Start. Dunea ist ja sehr spielstark tatsächlich. Ja, also ich habe mich im TCGO ab und zu abgezogen. Heilige, die Karte sieht... Boah, das sieht hier bad ausgestanzt aus. Seht ihr das? Das ist sehr viereckig an der Seite und hier sehr rund. Die andere Ecke wieder ein bisschen viereckig. Boah, die Karte sieht aber fantastisch aus, ne? Also ich finde, das ist eine coole Rarity. Ich mag ein Dunea das ganz ehrlich vom Design überhaupt nicht. Es ist halt einfach eine Riesenhand. Aber die Karte ist geil gemacht. Hier mit dem goldenen Kern, der nochmal selber reflektiert. Das sieht super geil aus. Hier unten dieses lila ne finde ich mega gigantisch. Boah, das ist ein Big Pull. Das ist ein Big Pull. Die kommt sofort in den Karte selber rein. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. Ihr seht den Preis eingeblendet. Boah, aber wie gesagt, ich möchte eh jede Karte aus dem Set ziehen. Und jetzt schon alle Goldkarten zu haben ist, glaube ich, Big Win. Let's go. Machen wir weiter mit Kramor. Kramor ist auch ein sehr, sehr cooles Pokémon. Und schauen wir mal rein. Ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich nichts in diesem Set bekommen können, weil alles ausverkauft ist oder zu teuer ist. Aber eine Sache, die ich euch empfehlen kann, falls ihr was Geiles kaufen wollt, ist mein Merch. Den könnt ihr vorbestellen nämlich gerade. Ich habe euch immer wieder geteasert und angeschreiben. Angeschreiben habe ich euch. Nee, angeteasert und auch mehrere Sachen gezeigt und Stock-Footage und sonst was. Nicht dieses Pokémon. Nicht dieses Pokémon. Wisst ihr, ich habe heute noch darüber nachgedacht, dass es den jetzt Shiny gibt halt. Balduin haben wir noch aus dem Schwert. Ich wollte unbedingt... Ich habe das Bild heute gesehen, weil der gute Neon ist. Das ist ein YouTuber, den ich sehr gerne gucke. Den in Hongkong, wie ich das mitbekommen habe. Und der hat das Ding gepostet. Ich so, was, man kann Shiny-Ugel ziehen? Richtig Bock auf dieses Ding. Und jetzt habe ich es tatsächlich schon. Schade, ey. Aber Ultra viel Silvering, wenn wir das hier irgendwo sehen können. Also die Ränder sind sehr, sehr... Die englischen Karten sind genauso Garbage tatsächlich. Also vom Druck gedruckt sind die alle super kacke. Die sind alle scheiß ausgestanzt worden. Aber es ist ein saugeiles Artwork. Urgel gefällt mich mit. Mach mit. Aber nee, ihr könnt meinen Merch gerne vorbestellen. Also wir sind jetzt gerade in der Vorbestellerphase. Falls ihr mich unterstützen wollt oder falls ihr einfach geil Merch haben wollt. Also, I mean, guckt euch die Models an. Ich bin eines der Models. Also, Freunde. Freunde, also das muss gegönnt werden. Nee, könnt ihr gerne machen. Link in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da was bestellen solltet. Und wir schauen mal. Wir haben ein Cotini. Smogon. Das ist jetzt nicht irgendwie das Suicune. Forschungsprofessor. Das ist eine coole Karte. Neuer Print von der Karte Arena Leiter. Trainer. Glaubst du, wir ziehen noch irgendwas Cooles? I mean, ich bin jetzt schon vorhin ganz zufrieden. Wir haben eine Shiny und eine Goldkarte. Und eine normale V halt. Ich hätte gerne noch eine Vollarsch haben. Aus dieser Box? Ja, es muss nicht Golrag sein. Nein, 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 nein. Wir sind nicht greedy auf Golrag-Chat. Beziehungsweise Zero Army hier. Also, ich weiß gar nicht, wie ich euch nennen soll. Jetzt hier Urgefehl von Boss und Forschungsprofessor. Sehr cool. Beides Karten, die neu geprintet wurden. Von Artworks her. Team von, äh, Tuch von Team Jairl. Urge. Also, wenn sich das jetzt weiterhin durchsetzt mit Urgeleitern, dann raste ich auf. Ja. So, wir schauen mal, was wir haben. Ich glaube, wir ziehen noch eine Holo-Card. Eine Holo-Card würde ich fühlen. Come on. Knack, Leon. Bats. Klepp die Fuchs. Weißt du, hier ist so viel Silvering an der Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Shiny sogar ist. Wenn das ein Shiny ist, dann wäre es witzig. Es ist eine Amazing Rare Kyogre. Das ist ebenfalls ein Big Hit. Die Amazing Rays sind stark. Yo, saustark. Andere Amazing Rays, ne? Wie meinst du, andere? Also, sie sind dieselben wie ein Shiny Staffau. Ah, okay. Genau die gleichen. Centering hier ist... Ai, ai, ai. Da ist jemand ganz schön geöffnet. Finger damals beim Ausstanzen. Aber, boah, für die erste Box war das fantastisch. Gucken wir mal die zweite an. Welche von den Boxen hättest du dir eher geholt? X-Bart oder Katapultra? Katapultra. Ja, das finde ich auch. Mein X-Bart ist auch ein cooles Pokémon. In der japanischen Box. Ja, genau. Also, wir haben die Promokarte davon schon. Also, ich bin sehr ehrlich mit euch. Also, man kriegt die Karten da tatsächlich vernünftig raus. Also, da gab es damals Tinboxen, wo die Karten einfach reingedrückt worden sind. Und das ist hier jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel besser geworden. X-Bart ist ein cooles Pokémon. Ich mag das Artwork sehr, sehr spielstark. Hat mir finstere Bereicherung. Also, ich weiß nicht, ob das V-Max jetzt super stark ist. Macht jetzt aber nicht so den Eindruck Tarn-Gift. Tarn-Gift. Ja, ist nicht bad. Also, kann man vielleicht spielen. Wir werden bestimmt die Tage auch mal wieder bis im TCG-U daddeln. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja immer in den Chat reinschreiben. Beziehungsweise in die Kommentare. Ich streamst das jetzt so viel auf Twitch. Oh, ich kriege einen Anruf. Nach einem fünfminütigen Anruf habe ich jetzt mal im kurzen Shiny Gluark hier reingemischt. Und wir schauen mal, ob das wirklich... Ey, ist das ein Wolli tatsächlich? Der ist cute. Der ist cute. Und wir haben einen Mann nach wie hier noch. Ey, guck mal, der hat das... Ey, komm mal. Da kannst du doch nicht Nein zu sagen, oder? Der hat einen süßen Hintern. Der hat einen süßen Hintern. Der hat einen süßen Hintern, ey. Vor allem, das ist ein Herz und der ist pink. Also, ich finde, das ist ein schönes Shiny. Das ist ein schönes Artwork hier. Ohne das Silvering. Das wollen wir nicht. Schauen wir mal, ob wir hier noch was sehen werden. Ich habe noch ein kleines oder sehr cooles Produkt für euch, was die nächsten Tage online kommen kann. Und zwar habe ich noch die Minitins, die neuen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe mich noch gar nicht angeguckt, gerade was die Artworks angeht. Also, da können wir auf jeden Fall noch ein geiles Video von machen. Sensek! Noch ein cooles Shiny. Let's go! Der ist nice. Eines meiner ersten Pokémon damals in meiner Naselock gewesen. Von daher habe ich da eine sehr besondere Bindung. Was? Wir haben keine Folds mehr. Wir haben keine Folds mehr fast. Oh no. Ich hoffe, ich habe noch Penny Sleeves hier. Sensek, du guter Junge. Du guter Junge. Ist ja cool. Wie gesagt, wir wollen alle Shinies haben. Werde ich jemals alle Shinies aus diesem Set ziehen? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Und ich glaube, wir haben hier... Eih, ist das ein guter Hit? Ich glaube, das ist ein großer Hit hier. Shinox. Bamali. Clap die Fuchs. Oh, ist das eine volle Trainer? Ist das eine volle Trainer? Tetrafakt! Der Name dieser Karte ist so random, Alter. Aber die Boxen gönnen gut halt. Die Pullrate ist insane. Krass, muss man an der Stelle sagen, ey. Also die Pullrate ist halt wirklich, wirklich gut. Die gute Petra. Wir lieben sie. Fusion der Fossil hier mit ihrem Shady grinsen. Also, die Frau ist crazy. Wir haben noch vier Booster, ey. Das ist echt schön, ey. Also, mit diesen zwei Boxen habt ihr halt... ...zwei wirklich schöne Promokarten, finde ich. Viele Booster auch von einem wunderschönen Set. Und... Weiß nicht. Die Aufmachung der Boxen ist halt einfach wunderschön. Ditto in V, Alter. Das ist ein guter V-Hit. Haben wir ebenfalls letztens gezogen im Stream, wenn ihr dabei gewesen wart. Das gibt es nicht, ey. Dieses Pack ist... Das ist eine Kombo. Das ist die Kombo. Das ist die Kombo. Ditto und Ditto V-Max. Äh, Ditto... Ditto Shiny V, Alter. Es gibt so viele Rarities zur Zeit. Das ist unglaublich. Also, wie krass sind diese Boxen, bitteschön. Also, von mir an, mega, mega Go. Wir haben keine Penny Sleeves mehr. Ja, lass mich eben hier Glurak ziehen. Und dann, äh, brauchen wir doch mal welche. Aber das ist fantastisch. Qualität der Karte sieht sehr... Oi, 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 oi. Centering ist garbage. Centering ist leider garbage. V, V-Transformation. Das ist ein wunderschönes Artwork. Also, Ditto ist fantastisch. Okay, wir haben noch drei Packs tatsächlich. Es kann... War da irgendwie mehr drin? Oder fühlt es sich noch mehr an? Ich weiß es nicht. Klöp, die Fuchs. Knack, Leon. Barmely. Gaunox. Sehr schön. Aborethos. Luxio, der hier durchs Donner springt. Und die Trainer haben wir noch. Lass auf jeden Fall ein Däumchen schon mal da. Also, hu, hu, die Box ist wirklich krass, ey. Also, ich brauche hier nichts mehr drin ziehen. Also, literally. Wir haben hier alles drin gezogen jetzt. Wir haben V-Max, wir haben Chinese. Wir haben alles gehabt. Vulcanion in V. Befehl vom Boss. Kann doch gerne mal die Kommentare schreiben, wie ihr die Box findet. Gerade von der Aufmachung her. Oder halt auch, äh, Promo-Karten-Pack-Ratio. Also, für den Normal-Preis. Seht ihr eingeblendet? Finde ich es auf jeden Fall definitiv eine schöne Aufmachung. Und eine schöne, schöne Box. Also, das sollte auf jeden Fall cool sein. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist ein Big Hit. Ich glaube, das ist ein Big Hit. Ich will, ich will nichts sagen, ne? Ich will, ich will nichts sagen. Aber ich glaube, das könnte einer der größten Hits überhaupt sein. Ich will nichts sagen. Ich will nichts sagen. Aber das sah sehr feurig aus. Oh, ja, es ist da drin, ey. Let's fucking go, ey. Let's fucking go. Wir haben's. Ich hab das gesehen. Ich hab dieses Feuer an den Seiten gesehen, ey. Und es ist Clurac V-Max. Oh, mein Gott. Ist das geil, Alter. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir dieses Teil da drin ziehen. Oh. Oh, mein Gott. Weißt du? Das ist gerade so ein surreales Gefühl hier drin. Ein surreales Gefühl. Oh, mein Gott. Und ich komm gleich, ich komm nicht drauf klar. Ich komm nicht drauf klar. Centering left to right ist ein bisschen off. Aber nur ein ganz klein bisschen. Weißt du, ich hab nur dieses Feuer hier an den Seiten gesehen. Ich dachte mir so, ne. Ne. Niemals. Ich dachte, du joggst. Also hast du mir schon so angeguckt. Ich dachte, nee, der joggt, ne. Mein Herz pocht gerade, ey. Mein Herz pocht gerade wie verrückt. Weißt du, heute hab ich nicht die Konfetti-Kanonen da haben. Und wir werden gleich noch krassere Booster und Celebi dahinter, ey. My boy. Oh, Gott, Leute. Wie geil ist das denn, bitteschön, ey. Wir haben das Set durchgespielt. Wir haben das fucking Set durchgespielt. Also jetzt, was die wertvollste Karte angeht. Aber was war das für ein Video? Ne Goldkarte und Shiny Glurak. What the fuck. Aber nur Centering ist off, oder was? Wir haben hier ein ganz klein bisschen in der Ecke, würde ich sagen. Ganz klein bisschen. Vorm, das war das letzte Pack auch noch. Oh, mein Gott. Die Ecke ist nicht komplett geil abgerundet hier, würde ich sagen. Aber, aber, aber das ist, das, ja, das ist aber auch kein Problem, würde ich sagen. Das Centering, es ist das Centering, aber auch nur, es ist left, right halt ein bisschen offen. Oben, unten kann man das sagen. Oben, unten sieht von der Rückseite, finde ich tatsächlich ganz okay aus. Also, wenn es nur ein Centering Point ist, eventuell ein 9.5. Oh, geil. Ach, du heilige. Nämlich gerade eine halbe Stunde telefoniert habe oder sowas, ey. Golrak ist im Home. Oh Gott. Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Centsect, ey. Also, vor allem ich so, ne. Jetzt kann Luba kommen mehr, jetzt wo wir keine Sleas mehr haben. Wie witzig ist das bitte. Leute, lasst dafür bitte ein Däumchen da und ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Checkt die Merch aus. Ich bin raus. What the fuck, Alter, was ein Video, ey. Ich liebe diese Boxen. Ich liebe diese Boxen. Insane. Yes, so gut. Oh.